Hallo und willkommen zurück bei ARK Playstation 4 auf Ragnarok Einzelplayer. Irgendwann wird das ein richtiger Aufsatz. So, das machen wir heute. Wir waren da stehen geblieben. Ich will einen Schmelzofen machen, um dann die Werkbank machen zu können, da ich ja Metall brauche. Und habe unten eigentlich schon in den Leise getan, habe auch den Schrank mal reingetan. Falls ich mal gucken, wegen Schrank. Ich überlege gerade, ob wir das Leder hier schon mal direkt mitnehmen. Ich habe jetzt heute leider... Den Rest Holz habe ich da jetzt in Dings geworfen. In de... Sag mal, bin ich denn so behindert? Ins Lagerfeuer. Um ein bisschen Fleisch zu machen. So, ich muss nochmal nachgucken. Uns fehlt hier nur noch Holz. Ich bin das so ein Idiot. Aber... Ach ne, stimmt ja. Das Holz hat so oder so vorn und hinten nicht gelangt. Deswegen nehmen wir jetzt mal... Ja, wie nehmen wir das denn an? Müssen wir nochmal kurz Holz besorgen? Ich weiß, das ist wieder... Aber gut, dann werden wir Stein haben. Also Stein haben wir an der Base reichlich. Metall haben wir auch einiges. Das können wir dann kurz schmelzen, um dann die Werkbank zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon einiges an Levels gibt. Einiges an Levels geben könnte, um dann doch die Armuts schon zu machen. Um dann Betäubungsfalle zu machen. Und ich habe mich um Narkose-Mill noch überhaupt nicht gekümmert, dummerweise. Ja, aber es könnte jetzt doch schneller vorangehen als erhofft. Oder... Ja, doch. So schnell wie erhofft vorangehen. Und werden wir mal fleißig hier weitermachen. Ja, ähm... Was gibt's noch zu sagen? Ich hab ja ein neues Schneidprogramm. Da will ich mich auch nochmal reinpucken. Mal schauen, ob ich mal so... Ein paar Videos irgendwann machen kann, wo ich sagen kann, hey... Das... Wo ich mal wirklich aufwendiger machen kann. Das Schnibbel, die Übergänge und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade so einen Stoß. Es ist Freitagabend bei mir. Es war eine wieder mal sehr nervige Woche. Und... Jetzt wollte ich mal ein bisschen aufnehmen. Ein bisschen was daddeln. Brauchern ist singen. Ich hab ein bisschen stummfrei. Und mal gucken, dass wir hier vielleicht das Gutes zustande kriegen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, das war jetzt... Bei die Gass gesammelt habe ich hoffentlich nicht vergessen, was ich wollte. Aber eigentlich wollte ich aber nur noch das Holz holen. Stein habe ich hier. Das wollte ich jetzt nicht noch extra mitgeschleppt haben. Nicht, dass sie zu schwer sind. So. Palim, palim. Dann holen wir noch den ganzen Kram hier raus. An Geröll. Brauchen wir ja so einiges. So. Perfekt. Wir stellen den Ofen her. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber da ist er schon. Und wir haben direkt Level abbekommen. Das lobe ich mir. Sehr schön. So, wir ballern das mal hier in Ege. Und wir haben ja ein bisschen mehr Holz mitgenommen, glücklicherweise. Oh, ich bin das Metall. Dann schnabbelieren wir uns das Metall. Schmitz es ein zu barren. Und können dann uns an die Werkbank machen, wo ich eh nochmal gucken muss, was ich generell noch brauche. Weiß ich gar nicht. Kann nämlich gut sein, dass uns da was fehlt. Ah, Moment, Moment, Moment. So. Äh, beteilbar machen wir. Stein haben wir. Leder. Mist. Elf Leder, Elf Leder, Elf Leder, Elf Leder, Elf Leder. Äh, nein. Da rächt sich gerade, dass ich außerdem die Rüstung gemacht habe. Äh, nein. Ich hab nur 9. Und Ferdis werden es so oder so nicht haben. Äh, nein. Mit euch habe ich ja nicht gekämpft. Das ist das Bilduell. Warte. Du hast Level ab, das freut mich. Äh, ich spiele Geschwindigkeit. Hast du 120, was noch eher? Okay, er ist auch gerade ein bisschen voller. 122. Hat aber übelst viel Stein drin. Wir haben selber Level ab, das werden wir doch einmal kurz einmal nutzen, um uns nochmal Hilfe unterzugeben. 25, ich könnte den Bogen machen. Dafür brauche ich ja die Werkbank, ne? Für den Bogen brauche ich, äh, der Armbrust brauche ich die Werkbank. Ja. Genauso wie ich für die Pike. Nee, ja doch, ja. Würde sich beides lohnen, auf jeden Fall zu machen. Das können wir schon mal erlernen. So. Und dann werden wir mal uns, äh, auf den Weg machen. Und, äh, ich würde sagen, wir werden zum Strand runtergehen. Da sind ja... ...ein paar Dodos gewesen. Beziehungsweise jetzt kriegt es Raptoren, weil ich die nicht so gerne angreife. Die können nämlich richtig nervig werden. Oh, mir fehlt. Okay, 28 Pfeile. Äh, ich weiß nicht, ob ich damit so weit komme. Wie gut, den großen Klappspaten da, den können wir knicken. Äh. Den können wir gleich vergessen, das wird nix. Ja, dich meine ich. Ganz ruhig. Ich lasse die Augenruhe. Oh, nochmal ein bisschen Vorderpfiff. So, wir sind gleich schon am Strand. Und da läuft der Pferd. Ja, ein Pferd kann ich sowieso knicken. So schnell wie die wegrennen. immer so schnell und langsam ich bin so genau täuschen mit denen weiter wackelt das und da ist er weg warum ist fertig mitgekommen um uns nachkommen gut dann kommt eben beide mit ich hätte nicht so benennen sollen jetzt sie ist jetzt können sie nicht ohne einander geht davon sind trete raptoren wenig jetzt nicht so ganz begeistert kommt damit gesagt sie können ganz nervig werden zumindest zum jetzigen jetzigen level stand oder danke ja dies habt ihr sehr gut gut gemacht du sagrate du sagrate ich kenne dich doch ich kenne dich doch noch aus früherer zeit ein land für unserer zeit ok so gut jetzt hätten wir generell genug leder das weiß ich gar nicht wie viel die armbrust braucht also wenn ich schon mal hier bin dann kann ich ja mal ganz kurz noch mal ein bisschen was mitnehmen ja ich könnte die pferde auf hat sich machen aber nun was wirst du denn mit dem los 88 das thema einer an das war gerade feilverschwendung aber sondern leute jungs guck mal her hier nicht dass ihr mir noch den ins wasser folgt der ist mal komplett am ausrasten hier na komm ich bin getroffen hoch 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 ähm hallo ich könnte dir mal meine fertigste ruhe lassen äh du stehst gerade mitten im weg das könnte gut 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 da wird jetzt noch was rum aber ich würde sagen das passt ja das passt wir gehen mal so strax zurück äh zurück zurück in den weg so da sind wir wieder zurück nachdem ich irgendwie zigmal gegen die wand gelaufen bin gut so wir haben ach ja genau springen an der tür vorbei das müsste ja mittlerweile auch ja metall fertig sein sehr schön ich kann auch die werkbank machen palim palim gut ähm ja ich hätte es mal nicht so die leiste packen soll palim und perfekt jetzt können wir uns auch schon direkt an den bogen machen beziehungsweise gucken was wir brauchen für die armbrust haben sage ich mal bogen mit teilbaren holzfasern ja mischt wo ich nur einmal fasern das warum habe ich wieder irgendwie fehlt es mir immer an fasern vor mir früher einmal viel zu viel hatte ich habe sowieso nichts warum habt ihr nichts moment moment kann ich das hier nicht sammeln nur stein machen das aus wie was ist denn mit dir kaputt das sieht ja schon recht witzig aus so ich fand es gerade recht am satt stellt sich aber auch wieder dumm an und warum die tiere eigentlich alles von ihren herrchen abgucken verstehe ich nicht so hallo ach der will zu er will zu nun zurück glückwunsch so ach was haben wir uns doch entschieden her zu kommen und zurück also ich habe es mit der steuerung echt also irgendwie ich bin sowas von raus das geht ja gar nicht und ich brauche noch so viel mit teilen im endeffekt packen wir das mal rein so entfernt perfekt schon mal herstellen und herstellen können wir nicht herstellen weil holz fehlt das haben wir gleich ich habe gerade überlegt du hast hier doch irgendwo holz oh das ist sowieso hier alles durch würde ich sagen ich würde trotzdem noch mal was da rein so dann holz und dann können wir gleich die pike herstellen oder auch nicht oh ah ok mir fehlten doch Metallbahnen scheiße aber teck 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 so dann machen wir mal hier unsere rumpelkammer auf und äh toll Moment die Fackel will ich doch behalten ja das andere in Luft war jetzt auch noch äh ach komm mal hier so rüber 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 perfekt ja gut wo man was hin tut ist natürlich Geschmackssache sehr schön hab ich nicht ach in der Folge oder diese Folge sich zurückgesetzt hat da hatte ich ja einen Mörtel hingestellt den hab ich ja gar nicht oh kacke was ist das was ist das jetzt da Stein und Leder nein obwohl hab ich das Leder nicht hier reingetan ja zwar nicht genug aber wenigstens etwas Moment ja Stein ich weiß es ich hab's auch in der Truhe aber okay das hat sich jetzt gerade ganz schön geleckt hier so können wir gerade noch einen herstellen weil mir natürlich mal wieder Leder fehlt besser als nichts besser als nichts und wir haben ein Level ab äh das packen wir mal hier so und dann können wir doch gleich das Naco da rein tun was brauchen wir dafür eigentlich noch verdorbenes Fleisch ach was so so ein ich weiß gar nicht mehr wie hä achso 10 ok besser hä was mach ich da schon wieder ha so echt das ist so ungewohnt unglaublich ja geh nochmal auf Gesundheit und wir müssten uns langsam aber sicher mal ein paar mehr Pfeile wieder herstellen jetzt wo wir ein bisschen besser ausgerüstet sind wir brauchen Fasern, Feuerstein und Stroh das packen wir mal da unten hin jetzt muss ich ohne witzig muss ich nochmal nachgucken wie war denn das nochmal bei Betäubungstarts Pfeilen Narkosemittel und Steinpfeile ach alles klar alles klar jo ok ich muss mir gerade mal kurz den Kopf sortieren Feuerstein und hier auch nicht naja gut aber wir können ja jetzt hier den ganzen Krempempel abbauen und da könnte auch gut was bei rum kommen schön Metall yes sehr gut sehr gut das war eigentlich nochmal wenn ich auf den Stein dann hier mit zum Kloppe ach nicht genug Metall aber hier müsste ich jetzt vollsteigen perfekt und dann was brauchen wir nochmal Fasern schon wieder Fasern oh ich bin überladen hoppala hab ich die in den hab ich die jetzt ich hab nicht drauf geachtet wieviel ich eingesammelt hab und wieviel ich jetzt in diese scheiß Werkbank getan hab ähm äh äh Teil packen wir hier hin so eieieiei sehr schön und dann packen wir die Steine mal kurz weg ok ein paar Fasern hatten wir noch was können wir denn jetzt herstellen da an der Zahl was können wir denn jetzt herstellen da an der Zahl ein paar ich glaub das war's ich fiel bei leichter gerade durch hm das waren vielleicht 10 wenn überhaupt weil mir die Fasern fehlen den Rest hab ich sowas von genug ok äh so bitte nicht mehr dieses dumme rumgefolge da hab ich gerade gar keinen Bock drauf das geht mir ja so auf den Kranz ok brauche ich noch mehr Fasern da na sehr schön sehr schön warte mal kann ich nicht ich weiß ich könnte ins Menü gehen und dann so viel wie halt möglich ist herstellen aber gut oh was wird uns fehlen ach man warum stellt er nicht um ähm ok Feuer hier ne Fasern würde es zuerst alle gehen dann Stroh und dann Feuerstein erst sehr schön sehr schön jetzt haben wir aber reichlich gut dann gehen wir mal die Variante die schneller ja 46 Stück ok da haben wir fast 100 Pfeile kriegen gleich noch ein bisschen Narkosemittel raus ich brauche noch viel mehr verdorbenes Fleisch das könnte ich aber am Strand machen genau jetzt muss ich einmal zum Strand laufen und mir da was am an diesen toten Fischen abholzen ich weiß das Geräusch ist grad tierisch nervig ähm gut gut du kannst noch mal die Schwindigkeit dann wollen wir mal schnell zum Stil na komm Strand jetzt bin ich am Strand und ich habe natürlich noch gar ah da ist einer wo gerade sagen noch oh scheiße noch gar keine Ahnung wo hier diese Fischs sind wenn doch immer an der gleichen Stelle sind hier ist einer das verdorbenes Fleisch rauskriegen oder jawohl kriege ich mehr oder gibt sogar Öl raus sehr schön oh viel Fleisch yes oh das ist lecker das ist schon Öl die krasseste Sache alter wie sieht mein Gewicht aus sieht schon größer aus nice ha äh ja neues Level ich habe das gerade erst gemacht na gut dann äh sieht gut aus reite dich mal schnell zurück äh 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 ich habe mir von fertig oder nachdem von Lande noch mal ein bisschen was an äh nackenbären einlassen mal gucken wie viel ist es geworden ja doch kann man nehmen kann man sehr gerne annehmen und dann gehen wir mal kurz hier in dem Mörtel und wollen wir mal die Produktion bisschen anwerfen alter Schwede ist das viel Fleisch verdorbenes Fleisch verdorbenes Fleisch wohlgemerkt so zack 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 21 okay es liegt an den Bären natürlich klar äh wir können es ja kurz noch mal ja baller das was wir haben rausholen wenigstens und daraus noch mal schnell die ersten Pfeile herstellen perfekt ich gehe nochmal in die Level ich will ich glaube ich die Nahrungswert mal ausstellen ne die Resistenz würde ich auch mal ausstellen falls wir dann losziehen irgendwann Level 29 sehr gut wir haben wir Teufel übrigens Pfeile das ist noch besser ähm was fehlte mir denn ach fehlt mir doch Metall oder komm 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 die Folge gerade ein bisschen lang oder ich habe keine Ahnung so das kommt schon mal da rein was war denn mit Öl muss ich auch noch irgendwas tun oh mann und mann und mann äh was fehlte ne da ach stimmt ah da hab ich aber was so dann können wir auch schon die Pike machen das macht es auch ein bisschen angenehmer da draußen so können eigentlich können wir die Kram auch wegwerfen da unten ne ja perfekt und sehr schön wir sind auf Metall dann schauen wir nochmal ganz kurz nach das ist das Level und was wir Level 30 ich habe seit 25 glaube ich nicht mehr reingeschaut jetzt ähm was könnte anstehen Stegosattel Parkesattel Tore Wüsten Rüstung na gut Wüste habe ich noch nicht geplant Feuersteller auf Steine ja das ist ja auch nur Deko Wernfalle Schmerbolzen Iguanodon Sattel Niederlof Schwert Uuuu gut warum bin ich auch Schwert gegangen Teil Sichel wer natürlich jetzt für die Fasern genial was brauchen wir ja komm hau rein das könnte nicht klappen ja ich würde Peiko lassen naja hat man was zu gelernt Nackern 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 mit Teilwand äh ich glaube das dauert noch ja das dauert noch gut dann soll es gewesen sein ihr seht wir sind doch mächtig vorangekommen ich hab aber der hat aber auch einen Bauch ey oh Gott was euch da erstellt ich würde sagen nächste Folge vielleicht ziehen wir dann los und schau mal dass wir irgendwas erzählen können oh das habe ich aber kackt gemacht wir müssen anbauen wir müssen anbauen das wäre schon da würde mich freuen wenn ich sagen mache ich gut bis zum nächsten mal und ciao ciao